Hallöchen ihr Lieben, wie angekündigt kommt heute die Siegerehrung. Wie ihr seht habe ich den Link hier schon eingefügt ich habe hier die Einstellungen gemacht wir haben 36 kommentare und ja es geht los und zwar gewonnen hat die Sikron NB. Hallöchen ich stricke gerade ein halbbundhoch Socken und einen Suchtlappen aus der Wolle würde ich Stinus stricken. Liebe Grüße Sikron ja den Kommentar könnt ihr sonst auf YouTube noch nachlesen. Liebe Sikron schreibt mir bitte auf Instagram oder auf meine E-Mail Adresse die werde ich wenn ich das Video bearbeite werde ich die dann hochladen oder mit einfügen. Ja für alle anderen ich hoffe ihr habt beim nächsten Mal Glück weil das wird nicht die letzte Verlosung sein. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und danke dass ihr alle so zahlreich mitgemacht habt bis dann